Musik Wir müssen ab jetzt an die Segel mal anders setzen. Wir sehen die Klimakrise direkt vor uns. Wir haben eine Corona-Krise hinter uns, wo sehr viele Menschen das Gefühl hatten, warum denken wir immer nur von einem Tag auf den anderen. Wir sehen die Klimakrise direkt vor uns. Wir haben eine Corona-Krise hinter uns.